Wir kennen das Problem seit 50 Jahren! Wir müssen endlich handeln! Der Planet wird kaputt! Stoppt die fossile Zerstörung! Stoppt die fossile Zerstörung! Wir rasen in eine Klimahölle! Hitzewellen, Türen! Die Landwirtschaft wird nicht mehr funktionieren! Die Leute werden sich den Kopf einschlagen! Oder zerstören wir weiter unsere Welt mit fossilen Brennstoffen? Tod oder Leben? Das ist die Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen!